Willkommen zur 25. Folge von Elisheber TV, liebe Zuschauer. Es gibt Neuigkeiten und zwar freue ich mich darüber, dass ich das Testimonial für die Firma El Fiore sein darf. El Fiore, ich finde alleine schon den Namen toll. Wer Italienisch spricht, der weiß, dass er vom Wort Blume stammt. Die Produkte werden auch in Italien hergestellt, einem Land, das Schönheit, Lebensfreude und Genuss versinnbildlicht. El Fiore bietet eine Menge High-Class-Produkte und ist ein wahrer Jungbrunnen für reife Haut und Damen in den Wechseljahren. Mir hat kürzlich jemand gesagt, dass 50 die neue 30 ist und 40 die neue 20. Wir haben heute eben zahlreiche Produkte und Möglichkeiten, damit wir länger jung aussehen können. Da wir gerade Sommer haben, möchte ich Ihnen tolle, fruchtig, frische, gute Launeprodukte für einen gepflegten Body zeigen. So habe ich Duschgel und Body Lotion erhalten und finde die Verpackung total schön, da man diese Produkte auch ganz gut verschenken kann. Denn über eine schöne Body Lotion und ein Duschgel, das total gut duftet, da freut sich ja jede Dame drüber. Es ist wichtig, dass die Haut erst porentief gereinigt wird, sodass die tollen Wirkstoffe der Pflege in die Haut eingeschleust werden können. Wenn ich im Urlaub gewesen bin, dann hatte ich oft das Gefühl, dass das Meerwasser total gut tut, sowohl seelisch als auch pflegend. Deswegen finde ich es ganz toll, dass das Duschgel 21 Mineralien aus dem Toten Meer enthält. Außerdem ist es sehr ergiebig, duftet gut und sorgt mit seiner Farbe für gute Laune direkt am Morgen. Hier ist jeweils die passende Hydro-Körpercreme von Elfiore. Sie enthält ebenfalls Mineralien aus dem Toten Meer. Und aufgrund der tollen Wirkstoffe, wie zum Beispiel Käseerde, nährt sie ohne zu fetten. Die duftet wie eine frisch aufgeschnittene reife Mango. Toll finde ich es, dass die Creme die Haut nicht nur seitenglatt und weich macht, sondern dass sie auch so schön schnell einzieht. Männer finden das nämlich abtönend, wenn sie ihre Liebste berühren und da ist alles so glitschig und so fettig. Außerdem, wenn ich mir denke, ich bin dann mit dem Duschen fertig und möchte mich anziehen, dann will ich nicht lange warten, bis die Creme eingezogen ist, sondern ich möchte mich schnell anziehen, auch wenn es dann weiße Kleidung ist oder so dünne Stoffe, die durch eine fettige Creme dann leiden könnten. So, dann muss ich doch auch nochmal an der Kiwi und Birne Body Lotion schnuppern. Mh. Mh, fruchtig, aber trotzdem angenehm leicht, sodass Frau trotzdem noch ihr Lieblingsperfum tragen kann. Außerdem habe ich die Produkte direkt nach der Rasur getestet und bestens vertragen. Sie sind auch für die tägliche Anwendung geeignet. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Duschen und Pflegen und werde Ihnen in einem meiner nächsten Videos die High Class Gesichtspflege für reife Haut zeigen. Ja, auch Männer dürfen sich meine Filme anschauen, denn ich habe erfahren, dass es immer mehr Kunden aus der Herrenwelt gibt, die sagen, dass 50 die neue 30 ist. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Ihre Elisheber. Ja, bis zum nächsten Mal.